Treffen sich zwei Gene, sagt das eine Halogen. Treffen sich zwei Gene, sagt das eine Halogen. Ja. Halogen. Jetzt lach doch nur. Ich lach die ganze Nacht. Oder wo... Aaaaah! Erstmal kurz drüber nachdenken, denn sie sitzen lassen und dann drüber lachen. Fuck! Ich glaube, ich guck mir jetzt nebenher Bibi und Tina an. Ich guck mir Bibi und Tina an. Oh, das war sogar richtig. Ich mach jetzt mal ein Beispiel. Also ich hab einen Apfel und ich hab mehrere Äpfel. Warte ganz kurz, sag dir. Warte ganz kurz, sag dir. Warte, warte, jetzt hör ich zu. Jetzt hör ich zu. Also. Ich hab einen Äpfel und ich hab... Einen Äpfel. Einen Äpfel. Ich hab... Ich hab einen Apfel, okay? Ich hab einen Apfel. Ja. Und Äpfel ist was? Hallo. Äpfel. Mehrzahl Äpfel. Äh, Apfel. Mehrzahl Äpfel. Ja. Sag ich was? Was ist denn mit? Von was? Was ist die Vergangenheit von Apfel? Äpfel. Okay. So ein Witz gebracht, man. Der war so flach. Was ist denn Witz? Was? Ich weiß nicht, ob du den kennst. Treffen sich zwei Gene. Sagt es eine. Halogen. Den kenn ich auch, das ist gut. Was ist denn? Was ist denn schon? Ja. Was ist denn schon? Was ist denn zuständig? Halogen. Ach so, alter. Okay, ja. Ja. Ich verstehe. Ich hab... Nee, ich hab das... Du sagst... Treffen sich zwei Gene. Sag das eine Halogen. Ja. Ja, ich hab aber drüber nachdenken müssen. Hahahaha. Digga, bei mir leckt schon wieder dermaßen. Alter, ich check auch nicht, was da los ist. Halogen. Das ist so richtig mein Humor, so doof. Hehehe. Hehehe. Falls du es noch nicht gemützt hast. Hehehe. Halogen. Hehehe. Jetzt lach doch drüber. Ich lach die ganze Nacht drüber. Oder wo... Hehehe. 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 Erstmal kurz drüber nachdenken. Du sitzt, äh... Du sitzt, äh... Du sitzt, lass das dann drüber lachen. Junge. Ich kann nie schlafen. Hehehe. Hehehe. He, wer ist das? Oder, oder, ey. Oder noch einen, noch einen. Ich hab noch einen richtig geilen. Ähm... Halogen. 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 Hehehe. 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 ein kommentar kein kommentar was ist das gegenteil von frühlings erwachen spät recht einschlafen links abbiegen links abbiegen links abbiegen den check ich gerade selber nicht mehr ich jetzt einfach nur ab als ob ich so viel flachwitze kennen man das ist ja das was sie lieblingsspeise von piraten mit einem gerollten r kapern ich bin ganz gerührt sagte der teig ich bin ganz gerührt Jetzt lacht du, wir sehen uns gleich wie das ein andere Witz wurde. Junge, wie der übertreibt, ja. Da gab es schon bessere von dir. Oh, Aki, kurz mal weghören. Was ist die Mehrzahl von Frauen? Putzkolonne. Der war nicht lustig. Der war nicht lustig, der schließt. Der war irgendwie nicht lustig, also ich finde ihn echt nicht lustig. Ich weiß nicht, warum er da kommt. Hats mal, Hats mal, Hats mal. Ja, ich hab's. Oh, oh, oh. Junge, was geht ab bei dir? Ich hatte gerade Sex. Ja, dachte ich mal. Habe ich mir gerade gehört. Oh mein Gott. Warte, den fand ich auch geil. Den fand ich auch geil. Warum sieht man keine Ameisen in der Kirche? Weil sie Insekten sind. Insekten. Jetzt lacht sie, Jonas. Insekten. Oh, was bekommt ein Kannibale, der zu spät zum Essen kommt? Die kalte Schulter. Ja ist mein Akt wonach. Oh, ich war nicht Geez. Die Kalte Schulter, junger Heiz. Alter, ich verkacke gerade hier richtig. Wenn der mich noch einmal pingt, dann ping ich ihn zu Tode. Was macht man mit dem Hund, der keine Beine hat? Um die Häuser ziehen. Um die Häuser ziehen. Spiderman angerufen, aber er hatte kein Netz. Eine Ewigkeit später. Oh Jesus. Ich hab's so zwischendurch. Was ist der Unterschied zwischen einer Frau und einer Steckdose? Sag nichts. Komm, mein feinliche Loch ist der Finger im Arsch. Ich hab einen Hipster ins Bein geschossen, jetzt Hopster. Wie heißt ein türkischer Wiedererbohrsturm? Das erinnert mich an mich. Mal gucken. Surprise Motherfucker. Was? Der spawned einfach da weg, Alter. Ich hab den locker gesnackt. Ach nee, Alter. Ach nee. Darauf hab ich jetzt gar keine Lust, hey. Oh, ich mach Schaden. Max, ich mach Schaden. Max, ich mach Schaden. Leck mich doch an Zykrami. Wie süß. Max, mit Dash jetzt gleich schon was, okay? Also mit Dash jetzt was. Dash. Mit Dash. Ich weiß nicht, ob es jetzt besser funktionieren soll, Alter. Ach nee, ich dachte, du gehst jetzt schlafen. Doch, ich bin da Elite. Was ist das mit mir? Ich dachte, du gehst jetzt schlafen. Ach komm, Alter, dieser scheiß Sniper-Wixer. Ich bin ja die letzten zwei Wochen mega. Mach Gott's nicht so Uhr. Ach, und irgendwie... Ach, geht's nicht mehr. Klar, jetzt kriegt der den scheiß Kill, Alter. Leck mich am Arsch. Verpässt dich von mir! Okay, nee. Oh, der kommt mit'n Auto, der kommt mit'n Auto. Dein Penner. Ja, ich denke, ich bin grad auch. Gute, die GDA zu erziehen. Ja, ich bin grad auch gekommen. Ja, ich bin grad auch gekommen. Ja, ich bin grad auch gekommen. Warte. Das ist ein bisschen lang, was? Doch, ja, wir haben gestern. Aber... Ja, wir hatten. Ja, wir hatten. Ja, wir hatten. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Was für eine. Wie, dass die einfach wegschmeißt. Ich hab einfach keinen Bock mehr mit ihr zu reden, okay? Oh, Mann. Was mach ich? Du wohnst ja aber nicht in Baden, oder? Muss ja aber halt gut lernen. Wenn du eben auch durch bist, können wir dich nicht danach aufkupsen. Das dauert kurz eine Minute, zwei Minuten. Dann müssen wir aber wieder umkleiden. Ganz kurz, ganz... Na ja, scheiß drauf, komm. Ich mach kurz T13 und Rainer fetz mal. Let's go! 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 Let's go!